Liebe Studentin, lieber Student, wir lernen jetzt das Personalpronomen im Dativ. Beispiel Ich wird zu mir Du wird zu dir Er, sie, es wird zu ihm und ihr Wir wird transformiert zu uns Ihr wird euch Und Sie wird zu Ihnen Beachten Sie, Sie in der Höflichkeitsform Wird bei Ihnen auch groß geschrieben